Um mit den Sturmsoldaten von Level 5 auf Level 6 zu kommen, müssen wir 30 Gegner mit Sturmgewehr oder Schrottwinter töten, 3 Gegner mit der Kampfgeisttechnik 10 Gegner ohne zu sterben und einmal 2 Gegner in weniger als 10 Sekunden mit Sprengstoff. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich eher beim Ingenieur erwartet. Der ist doch der Sprengstoff-Guy. Ist aber kein Problem, kriegen wir alles hin. Rüsten wir hier mal C4 aus. Das war ein Gegner. Ich hoffe, der kriegt nicht mit, wenn... Wenn ich da ein C4 hinleg... Das war eine Dastatur. Sowas willst du nicht in dir haben. Lass das mal untersuchen. Was ist der hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Ist er einfach weg? Was ist da los? Hä? Wo ist der hin? Ach da! Da steht er. Na gut. Der kriegt nichts mit. Alles klar. Gut. Lass ich erst mal hier wieder weg. Hust, hust. Oh, da haben wir ja direkt einen. Allerdings ist dann die Kacke natürlich am Dampfen, sobald ich hier Sprengstoff zünde. Hier ist nichts. Keine Bewegung. Nein, gar nichts. Verstanden. Verdammt. Jetzt läuft der natürlich aus dem Radius raus. Schleich, schleich. Schleich, schleich. So, und jetzt. Und Zündung! Ähm, das war's. Mal schnell weg. In Deckung gehen. Bis sie sich vielleicht ein bisschen beruhigt haben. Die wissen ja nicht, dass wir... Also, sie wissen, dass jemand da ist. Sie wissen aber nicht, wo. Das heißt, wir haben noch sehr gut die Chance, zu töten. Wie viele Gegner mit Kampfgeist? Drei. Halt, halt, doch, auch geht in unserem Sektor! Hm. Da haben wir zwei. Da haben wir der dritte. Und das waren die drei. Sehr schön. Bleiben noch... ...ein paar Gegner, ohne zu sterben. Sag mal, wie lang will der denn leben? Passt auf! Da. Zack! Noch vier. Und dann haben wir... ...auch die zehn, ohne zu sterben. Und dann ist der Rest... ...einfach nur noch Grind. Natürlich ist der Feind hier. Du weißt noch nicht, wo. Wo hier ist. Musik ist ziemlich laut. Ich höre nicht, ob da irgendwo ein Fahrzeug kommt. Ich will auch wissen, wo ihr seid. Es trifft sich ja gut. Ich hoffe, das nimmt so ein Scharfschützer. Da ist einer. Ich habe da noch einen gehört, ja. Kein Feindkontakt. Kein Feindkontakt? So nennst du das. Na gut. Ich meine, hat ja auch keinen Kontakt... ...mit mir gehabt, ne. Nur mit... ...den von mir abgefeuerten Projektilen. Hallo. Wo seid ihr hier? Gegnertz. Was steht da? In memory of thirty fellow dreamers, creators of a more wondrous tomorrow. Victims of those blinded by fear of the future. Und hier, das ist das Memorial, ne. Von... ...der Explosion. Von der mein Charakter hier eigentlich noch gar nichts weiß. Da hat ja... ...Daigoro Ito... ...hat ja da zusammen mit... ...der mit seiner Schwester... ...da... ...bürogebäude gesprengt... ...und dachte, das Gebäude sei leer. Was es aber nicht war. Und das waren die zehn Gegner ohne zu sterben. Der Rest... ...einfach noch... ...40... ...nein... ...zwanzig Gegner... ...grinden. Ich meine natürlich 19 Gegner. ...grinden. ...grinden. ...18. ...blöde Drohne. Ja, ja, macht ihr euch mal bereit. Ich lade in der Zeit nach. Das ist meine Art der Bereitmachung. Also da unten... ...wurde... ...wird... ...wurde... ...as Gell festgehalten. Beziehungsweise... ...er hat sich da versteckt. Ich weiß nicht, ob man außerhalb der Mission da rein kann. Das werden wir gleich erfahren. Negativ. Ich kann nicht rein. Ich kenne noch einen anderen Eingang. In dem Bürogebäude. Da sind nämlich ein Haufen Gegner drin. Auch Wolves, unter anderem. Oder ich fliege einfach mit dem Helikopter weg. Ich meine, hier haben wir noch einen ganzen großen Compound. Und... ...schliegen wir einfach da hin. Bin ich eigentlich verletzt? Mal so... Nö, alles klar. Da ist es. Oh. Ein Flugplatz. Ein Flughafen. Da habe ich eine schicke Idee. Ich komme doch einfach auf diesem Raumschiff hier. Das ist kein Raumschiff, aber es sieht halt aus. Zack. Dann müssen wir von hier aus eigentlich relativ gemütlich... ...hier noch ein paar wegsnacken können. Ich habe überhaupt keinen Kontakt. Ihr wisst doch gar nichts. Steht er da? Jo. Da war tatsächlich einer. So. Da haben wir einen Schafi. Einen Schafi-Schützi. Da gibt es bestimmt noch mehr davon. Vielleicht... Ja, da. Zack. Ist noch ein Schafi-Schützen da irgendwo? Seht nicht so aus. Alles klar. Schafi-Schützen-mäßig. Alles sauber. Sehr gut. Dann legen wir uns mal hier hin. In die Ferse. Ich will jetzt vermeiden, dass die in Aufruhr geraten. Deshalb habe ich die da hinten jetzt nicht gerade abgeschossen. Scheiße. Mist. Gut. Schalte einfach ab. Ein bisschen mehr Reichweite. Nein, Schaden haben wir mehr. Zack. Noch zehn. Er muss da weg. Ich meine, wir sind hier ja relativ safe, ne? Hier hoch kommen sie auf keinen Fall. Hoffen wir nur, dass er nicht noch irgendwo ein Funker lebt, der... da die Helikopter-Patrouille ruft. Was sind sie denn? Der eine hat sich dahinter versteckt und ist nicht mehr rausgekommen. Da sitzt einer. Da ist der Feind hier. Da ist er. Die Hirne eurer Gegner, äh, eurer Freunde leiden nicht an spontaner Selbstexplosion oder so. Oha, guck mal, da sitzt er. Da war ich. Ja, er ist getroffen. Ich würde gerade schon sagen, ich glaube nicht, dass ich den von hier aus treffe, aber... Ich bin besser als ich dachte. Da sitzt mal einer. Zack. Noch sechs Gegner. Die kriegen wir auch gleich. Stellungswechsel. Ja. Wechsel mal die Stellung. Wo ist die Deckung? Die Deckung? Da nicht. Tut mir leid. Oh, guck mal, da unten. Wie ein Armeisenhaufen. Noch vier Gegner. Oh, oh, Mörser. Wir sind nicht allein. Doch, ihr seid vollkommen allein. Alarm, Kontakt. Wir haben Pfannkontakt. Roger, geht alles, Leute. Noch einer. Jetzt hält die Drohne als Gegner. Jo, geil. Und damit sind wir auf Stufe 6 mit dem Sturmsoldaten. Nice. Tschüss. Hahaha. meant für Sie. Tschüss. Tusch. Vielen Dank.